Die schwarz-gelben Landesentfessler haben die Beitragspflicht zu Standards der kommunalen Beschaffung und zu internationalen arbeitsrechtlichen Bestimmungen aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz vollkommen eliminiert. Entfesselt wurden dabei im Grunde nur diejenigen, die sich ohnehin keine Gedanken über faire und nachhaltige Beschaffung machen müssen in den Kommunen. Das ist ein Unding unserer Meinung nach und wir haben in einem Antrag verschiedene Forderungen gestellt, die wir nach vorne bringen wollen. Wir möchten gerne, dass das Land eine Beratungsstelle einrichtet, an die Kommunen sich wenden können, um faire Beschaffung leichter als bisher und normgerechter als bisher hinzubekommen. Wir möchten, dass die Landesregierung sich stärker als bisher mit Kommunen und Gemeinden zusammensetzt, und über Fragen der fairen Beschaffung und nachhaltigen Beschaffung sich deutlich mehr als bisher auseinandersetzt. Die Beliebigkeit, die im Moment herrscht, ist Unsinn und verhindert, dass wir auf ein vernünftiges Level kommen und es verhindert eben, dass wir uns wirklich tiefergreifende Gedanken über Nachhaltigkeit machen.